Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Gänz mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Frau Strack-Zimmermann möchte mit dieser Linie Deutschland zum Kanonenfutter machen. Die Situation gegen Russland müssen sofort beendet werden. Sie schaden uns selbst und sind deshalb nicht in unserem Sinne. Ja, weil wir ja Russland ruinieren müssen und ruinieren wollen. Wenn die Baerbock großspurig angekündigt hat. Das Problem ist halt nur, dass die russische Wirtschaft sich von den ganzen Sanktionen bisher wenig beeindrucken lässt. Noch Tage nach dem Angriff gibt er ausgerechnet dem Fernsehsender des russischen Verteidigungsministeriums ein Interview. Darin zeichnet er ein düsteres Bild Deutschlands. Die Medien werden in Deutschland selbstverständlich komplett von der Regierung kontrolliert. Alternative, oppositionelle Meinungen sind nicht vertreten. Es gibt keine Demokratie in Deutschland. Das heißt, es wird eine einheitliche Meinung aufgedrängt, und zwar von der regierenden Elite. Und alle anderen politischen Meinungen werden mit allen möglichen Mitteln unterdrückt. Unter anderem auch durch körperliche Übergriffe auf Andersdenkende. Tja, einen eindeutigen Stellvertreter kriegt der USA in Russland. Anders, was anderes ist das nicht. Mein Gott, über was reden wir denn hier eigentlich? Wir reden über die Frage, ob wir hier in einem halben Jahr oder in einem Jahr noch durch ein Berlin gehen können, das nicht zerstört ist. Weil wenn es ein Atomkrieg sind, sind wir auch betroffen, meine Damen und Herren. Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lügende Politiker, Lobbyisten, horrende Gaspreise, Wirtschaftssanktionen, Populismus und Propaganda. Wir stehen vor einer ganzen Menge großer Probleme. Es ist dringend Zeit, mal über die wichtigen Punkte zu sprechen, die momentan die Menschen verunsichern. Ich glaube, dieses Video hier, gerade jetzt, das ist verdammt wichtig. Und ich hoffe, dass es möglichst viel erreicht, also wirklich erreicht. Vor allen Dingen die, die meine Videos normalerweise gar nicht anschauen. Ich hoffe, es erreicht euch, bevor ihr verhungert, erfroren oder von der russischen Armee überrannt worden seid. Ja, zumindest scheint es, als ob wir alle kurz davorstehen, dass uns das alles passiert, also gleichzeitig. Wir reden heute darüber, warum das nicht stimmt. Warum euch das Leute weismachen wollen und vor allen Dingen, von wem sie das alles haben. Ich erkläre euch, warum wir uns im Krieg befinden. Du, ich, Sarah Wagenknecht und Alice Weidel. Los geht's. Wie im letzten Video vermutet, hat Russland nach massiven Frontzusammenbrüchen die Annexion der von ihnen gerade noch so besetzten Gebiete im Sinn, um sie dann unter den Schutz ihrer Atomwaffen zu bekommen. Und das geschieht jetzt. Gerade jetzt, während ich dieses Video aufnehme, werden Ukrainer und Ukrainerinnen dazu gezwungen, in einer Scheinabstimmung, in einem Scheinreferendum eine Stimme abzugeben. Und ihr werdet in den nächsten Tagen auch das Narrativ der höchst uneigennützigen Putin-Unterstützer hierzulande bemerken. Man wird darüber sprechen, dass wir jetzt endlich Frieden brauchen, da ja offensichtlich die Menschen in diesen Gebieten russisch sein wollen. Weil das Referendum wird ja sowieso pro Russland ausfallen, egal wer oder wie oder wie viele da abstimmen. Jeder Meter mehr, der wird dann als Angriffskrieg der Ukraine verstanden werden von diesen Unterstützern Putins. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so weit kommt. Aber wenn es so weit kommt, dann entlarvt es diese Person natürlich dann als 1A russische Spione hier in unserem Land. Das hat so eine Art Service-Funktion. Danach wissen wir Bescheid. Apropos russische Spione, der Herr Tilschneider und der Herr Wald von der AfD, die befanden sich an den besetzten Gebieten im Osten der Ukraine. Man bedient sich ja gerne der AfD-Handpuppen, um sich eine völkerrechtswidrige Annexion politisch absichern zu lassen. Weil da kann man ja sagen, oh schaut mal, das sind richtig echte Politiker aus Deutschland gewesen. Also muss das ja eine richtig echte, völkerrechtlich korrekt durchgeführte Abstimmung gewesen sein. Ja und wenn der Chef ruft, dann kommt man halt. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende, der nannte es den AfD-Putin-Pakt, was ich sehr lustig und herrlich treffend auf zwei Ebenen fand. Leute, machen wir uns nichts vor, wir führen einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Das bedeuten nun mal Sanktionen. Aber viel wichtiger ist, und da wird irgendwie nie drüber geredet, obwohl es eben so wichtig ist, dass Russland seit einigen Jahren einen Informationskrieg gegen uns führt. Und wir sind nach wie vor völlig überfordert. Ich meine, schließlich ist das Internet ja Neuland. Und im Neuland haben wir leider noch keine Panzer stationiert. Apropos Überforderung. Man hört ja in den letzten Wochen viel von der Überforderung der Bundesregierung und von der Gefahr, in die sie uns alle bringen mit ihrer furchtbaren Politik. Und das hören wir von Menschen, die wir viel aggressiv schreien hören, während sie erzählen, dass sie die besonderen Entscheider wären. Ich möchte in diesem Video drei Fragen beantworten und habe es deswegen, passend dazu, in drei Teile geteilt. Also erstmal, wer zur Hölle ist schuld? Wie schlimm ist es wirklich? Wer profitiert eigentlich davon, dass es so schlimm ist? Kommen wir zur wichtigsten Frage. Wer ist schuld an dieser Krise gerade? Gerade die Grünen! Es ging in den letzten Tagen eine Rede von Robert Habeck herum. Und darin spricht er davon, wie die Grünen Deutschland vom russischen Gas unabhängig machen wollen. Ich meine, gut gemacht. Hat ja jetzt geklappt. Hashtag danke Robert. Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, ob der Hashtag jetzt ironisch oder ernst gemeint war. Okay, das mit der Gasumlage war jetzt auch nicht so der erfolgreichste Move, aber wenigstens ist er ehrlich. Wer ist das heute schon? Sind die Grünen jetzt schuld? Weil offensichtlich gibt es ja eine ganze Menge Menschen, die das glauben. Für all die habe ich jetzt eine Antwort, die sie nicht hören wollen. Es sind nicht die Grünen gewesen. Enttäuschung auf allen Plätzen. Okay, okay. Nein, man kann es verstehen. Es war der günstige Preis, der uns einfach jahrelang zu sehr dahin gelockt hat, oder? Nun, auch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn eigentlich waren es einzelne Politiker an SPD und CDU, die über ein Geflecht aus Lobbyorganisationen, Thinktanks und Firmen direkt mit russischem Auftrag beeinflusst wurden und schön brav gemacht haben, was man von ihnen erwartete. Wollen wir uns das mal ganz kurz mal anschauen? Es gibt so viele pro-russische Verbände und Interessenvertretungen mit sehr ähnlichen Namen, dass es so wirken könnte, als gäbe es so ein richtig vitales und vor allem breites Interesse. Viele Menschen, die diese Idee unterstützen würden. Aber erstaunlicherweise tauchen in diesen Verbänden immer wieder die gleichen Personen auf. Es ist nämlich tatsächlich einfach eine groß angelegte Täuschung Russlands. Die Verflechtung der aus mir völlig unerfindlichen Gründen immer noch nicht zurückgetretenen Mecklenburg-Vorpommerischen Landeschefin Manuela Schwesig, die habe ich ja in einem Extravideo ein bisschen beleuchtet. Das Video damals hat aber relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich meine, es ist auch Meg Pom und da wohnt ja schon am Tor. Da passen einfach nicht mehr Promis rein in das Land. Aber die fehlende Aufmerksamkeit auf dieses Thema, das finde ich schon irgendwie schlimm, denn ich meine gerade die SPD und damit meine ich nicht nur Schröder, die haben uns diese Abhängigkeit von russischem Gas von über 50% beschert. Ja, sehenden Auges, mit persönlichem Vorteil und ohne dafür am Ende gerade zu stehen. Kann das nicht irgendwie mal Konsequenzen bedeuten? Also gerade in diesem spezifischen Fall? Tatsächlich haben Korrektiv und das Policy Network Analytics, kurz P&A, jetzt noch ein bisschen mehr veröffentlicht, als das, was schon über die Frau Schwesig bekannt war. Und das ist alles mal ein bisschen zusammengefasst. Ja, nicht nur Meg Pom war ein Hafen für russische Beeinflussung, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gab es beispielsweise die deutsch-russische Rohstoffkonferenz in Nürnberg. Und die war dafür da, deutsche Politiker von russischer Energie und vor allen Dingen von russischen Energieangeboten zu überzeugen. Da waren auch Söder und Stoiber sehr gerne anwesend. Günter Oettinger, der wird im Protokoll der Konferenz der fünften, um genau zu sein, da wird er erwähnt. Ich zitiere, der EU-Kommissar für Energie, Günter Oettinger, eröffnete die fünfte deutsch-russische Rohstoffkonferenz als Auftaktredner. Gleich zu Beginn seiner Ausführung betonte Oettinger die Wichtigkeit der europäisch-russischen Partnerschaft. Auch wenn sich die EU und Russland vornehmlich in einer Verkäufer-Käufer-Relation befänden, sei diese Partnerschaft historisch gewachsen und von Grund auf stabil. Daneben steht als Zusammenfassung dick gedruckt, Russland ist ein hervorragender Partner, damit man genau weiß, was man denken muss. Ja, Abhängigkeit ist stabil, Brudy. Aber auch Sachsen ist interessant. Wieso immer Sachsen? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum gerade aus Sachsen die Unterstützung Russlands so groß ist, dass man schon Memes darüber macht, dass Sachsen ja ein Referendum zum Russland-Beitritt machen könnte? Fühlt sich der Sachse an und für sich dem Russen besonders nah? Vielleicht liegt es an der DDR-Indoktrination oder liegt es vielleicht an den ganzen zugezogenen West-Nazis? Es wäre zu einfach. Natürlich, Leute, passiert es alles auch wegen des Geldes. In Leipzig, da sitzt so ein winzig kleiner Konzern mit einem Jahresumsatz von nur 10 Milliarden Euro namens VNG. VNG besitzt zusammen mit Gazprom den großen Gasspeicher Peißen sowie das Pipeline-Unternehmen Ontras. VNG hat seit DDR-Zeiten vor allem den Gas aus Russland importiert und ist damit scheinbar ganz gut gefahren. Aber 2019 dann, da liefen die alten Verträge aus und man hat dann neue geschlossen. Eine Verschlechterung der Beziehung wäre also für dieses Unternehmen recht ungünstig gewesen. Dem Sachsen ist es natürlich egal und das kann es auch, was da so ein Konzern für Misswirtschaft betreibt. Deswegen braucht es eben Leute, die dafür Sorge tragen, dass die Entscheidungsträger sich dieser Problem auch annehmen und es irgendwie zu Problemen für alle machen. Einer dieser Leute ist Bernd Kaltefleiter, der hat Konferenzen für Ex-Politiker und Lobbyisten veranstaltet. Und VNG stand mit verschiedenen pro-russischen Lobbygruppen in Verbindung, nicht nur mit der. Wir hatten ja schon mal ein bisschen über die Wirkungsweise von Lobbyismus gesprochen. Man bedient sich ja gerne alter Politik-Kader und benutzt deren Netzwerk und deren Reputation, um dann aktuelle zu beeinflussen. Das ist total normal und natürlich völlig unbedenklich. Klar. Beispielsweise der ehemalige, als Russland nahe geltende Brandenburger Ministerpräsident Matthias Platzeck, der war ausgerechnet seit 2014. Krim-Annexion, ihr erinnert euch noch. Dunkel, ja. Der Vorsitzende des deutsch-russischen Forums, einer separaten VNG-Stiftung. Im VNG-Aufsichtsrat saß Matthias Warneck, das war unter anderem der Geschäftsführer von Nord Stream 2. Der ist mittlerweile von der USA sanktioniert und ist ein enger Vertrauter von Putin. Ja, da wollen wir gar nicht so weit rein. Zurück nach Sachsen. Wen würdet ihr, wenn ihr jetzt so ein krasser Oberlobbyist wärt, wen würdet ihr denn einladen, wenn ihr Einfluss in einem Bundesland haben wollt? Genau, den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Und wer war sich nicht zu fein, immer und immer wieder das Ende der Wirtschaftssanktion gegen Russland zu fordern, seit der Krim-Annexion? Genau, Michael Kretschmer. Und wer hat immer wieder auf dem vom VNG-Konzern mitgegründeten deutsch-russischen Rohstoffforum gesprochen? Genau, Sigmar Gabriel. Äh, und Kretschmer natürlich auch. Kretschmer ist ja CDU und VNG sponsert auch gerne Veranstaltungen der CDU. Nach eigenen Angaben mit einem mittleren vierstelligen Betrag im Jahr. CDU-Parteigruppen treffen sich mitunter bei VNG für ihre eigenen Veranstaltungen. Und dann gibt es dann noch die Gesprächsrunde der deutsch-russischen Zukunftsforen, 2008 von der Konrad-Adenauer-Stiftung gegründet und gesponsert von VNG. Und da trifft sich dann auch wieder das pro-russische Lobby-Netzwerk. Also wir wollen ja hier kein einseitiges SPD-Bashing betreiben. CDU ist schon, ne? Also ich meine, es ist nicht überraschend, dass die CDU wie immer mit am Start ist, wenn man irgendwo Geld einsammeln kann. Aber kommen wir nochmal zurück zu Sigmar Gabriel. Über ihn könnte man sicherlich mehr als nur ein Exposed-Video machen. Sigmar Gabriel ist nämlich laut Korrektiv mitverantwortlich, dass die deutschen Gasspeicher in russische Hände übertragen wurden. Und er zweifelte auch daran, dass Putin in die Vergiftung von Nawalny involviert war. Sehr unbedenklich finde ich das alles. Übrigens will der die Reporter jetzt wegen des Beitrags verklagen. Schade. Jetzt habe ich es leider schon weitererzählt. Ja, ups. Und er ist nicht der einzige Ex-Wirtschaftsminister der SPD, der an diesem Schattennetz russischer Gasinteressen verstrickt. Das ist auch Wolfgang Klementes mit von der Partie. Aber wer kennt den schon noch? Wenn ihr euch da noch ein bisschen mehr eingraben wollt, da unten findet ihr den Link in der Beschreibung zu der ganzen Recherche von Korrektiv. Und natürlich auch zu meinem Video über Manuela Schwesig. Kann ich euch nur empfehlen. Bleibt einfach aktuell. Ja, und dabei erwähne ich hier gar nicht die Vernichtung unserer Solarenergie, die Verhinderung des weiteren Ausbaus von Windkraft durch die CDU und CSU. Punkte, über die wir halt in anderen Videos schon mal gesprochen haben. Also mit anderen Worten, der absichtlichen Verschärfung der Abhängigkeit von einigen wenigen Anbietern, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten von unseren Regierungen so, naja, unterstützt worden sind. Also, um das mal faktisch zusammenzufassen, es waren nicht die Grünen. Aber das hilft uns jetzt hier auch nicht weiter, ja, weil schließlich ist das Kind ja in den Brunnen gefallen und wir müssen jetzt dringend den Brunnen versiegeln, damit das Kind nicht durch den Fernseher zu uns zurückkommen kann, ja. Ich meine, es ist bald Halloween, ich dachte, vielleicht ist so eine Gruselfilmanspielung irgendwie mal cool. Das war auch gerade ein Spoiler, fällt mir ein. Ich bin ein schlechter Mensch. Aber das alles, das hilft uns ja jetzt nicht weiter, ja. Sarah Wagenknecht hat ja im Bundestag letztens gesagt, wir müssen die Sanktionen gegen Russland aufgeben, sonst werden wir alle verarmen. Und auf Social Media scheinen sie und alle anderen, die diesen Kurs fordern, sehr viel Zuspruch zu bekommen. Es scheint so, als ob eine überwältigende Mehrheit der Menschen auch sieht, dass es komplett auf der Hand liegt, dass diese eine Methode alle Probleme löst. 2014 bis 2020 Sanktionen gegen Russland, Hetze, die an schlimmsten Zeiten deutscher Propaganda ja immer, politisch ausgelöste Energie, Finanz- und Wirtschaftskrise mit unabsehbaren Folgeerscheinungen wie wahrscheinliche Blackouts. Aber der Schein trügt. 70% der Deutschen sind nach wie vor einig, dass man die Ukraine unterstützen muss. Auch wenn das hohe Gaspreise bedeutet, mit anderen Worten, nur 30% lassen sich von russischer Propaganda und Angstmache einschüchtern und von Rattenfängern davon überzeugen, es gäbe diese eine Lösung und die hätte keine Nebenwirkungen. Und ich glaube, Sarah, dass sie noch nie so viel Zustimmung für eine einzelne Rede im Bundestag bekommen hat. Aber das liegt daran, dass sie die nützliche Idiotin für Russland gespielt hat und Russland das sehr gerne ausgenutzt hat, um damit zu arbeiten und zu werben und das so ein bisschen zu verstärken. Und das quasi als Speerspitze einer ganzen Kampagne benutzt werden kann. Gut gemacht, Sarah. Gut gemacht. Wenn Sie hören, dass die AfD klatscht, wenn Sie so reden im Bundestag, na ganz kurz, wenn Sie mitkriegen, wie im Kreml die Sektkorken knallen, wenn Leute wie Sie so reden im Deutschen Bundestag, müssen Sie dann nicht sagen, es hat eine gewisse Tragik, dass das erste Opfer russischer Propaganda ausgerechnet eine kluge Frau wie sie ist und das zweite Opfer gleichermaßen ist jemand wie Chrupalla. Sie beide sind sozusagen das perfekte Opfer russischer Propaganda. Wir haben ja gerade besprochen, wer schuld ist. Jetzt sprechen wir darüber, wie berechtigt Angst eigentlich ist. Weil das ist so eine Frage, die muss man auch mal stellen. Sollten wir jetzt Angst haben? Und danach sprechen wir darüber, wo diese Angst herkommt. Was ist denn jetzt mit diesem Gas? Also was die Speicher angeht, ist tatsächlich alles Tutti, mehr als Tutti sogar. Wir waren gerade bei 90,5 Prozent Füllstand und damit liegt man sogar sechs Wochen vor der Zeit. Also es geht in Deutschland mal schnell sein, wenn man will. Ist ja nicht alles ein Flughafen. Für den Gasspeicher muss man wissen, die gleichen Schwankungen bei Gasverbrauch im Winter aus und bilden damit so eine Art Puffersystem für den Gasmarkt. Und für gewöhnlich sind sie mit Beginn der Heizperiode dann gut gefüllt und bis zum Frühjahr nehmen die Füllstände dann wieder ab. Also richtig kalten Wintertagen kann es sein, dass bis zu 60 Prozent des Gasverbrauchs in Deutschland aus diesen Speichern gedeckt wird. Okay, also der Sicherungsspeicher wird voll sein, sobald es richtig kalt ist. Das ist ziemlich sicher. Was ist denn mit dem Verbrauch? Laut Daten des Bundesverbandes der Energiewirtschaft, der BDEW, liegt der Verbrauch in Deutschland um mehr als 13 Prozent, nicht über, sondern unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Angepeilt werden 20 Prozent, das muss aber durch die privaten Haushalte unterstützt werden und deswegen gibt es eben diese zugegebenermaßen ziemlich lächerlichen Aufrufe, Energie zu sparen. Also es ist wirklich auf einem Niveau, dass ich mir denke, sind wir jetzt in der Schule. Aber naja, auf der anderen Seite sind viele Menschen auch einfach extrem unvernünftig und lebensunfähig. Vielleicht muss man vielen Menschen das einfach wirklich auf diesem Niveau erklären. Schaut mal, das hier ist viel besser, da versteht man genau, was wie gemacht werden kann. Deutschland bekommt momentan Erdgas aus Norwegen, aus den Niederlanden, aus Belgien und zum Jahreswechsel sollen an der deutschen Nordseeküste die ersten beiden Terminals zur Anlandung von LNG, also flüssig Erdgas, in Betrieb genommen werden. Und wir haben ja gerade gehört, etwas mehr als 50 Prozent unseres Gases kamen aus Russland. Das heißt, die andere knappe Hälfte, die kriegen wir ja noch und es kommen neue Quellen dazu. Das klingt jetzt nicht katastrophal. So, wie sieht es denn jetzt mit den Kosten aus? Das ist ja das, was wir alle am direktesten spüren. Also der Strompreis in Deutschland, der ist ja eng an den Gaspreis gekoppelt. Und mittlerweile sind die Verbraucherpreise im Schnitt bei 21 Cent 75 pro Kilowattstunde. Letztes Jahr zur selben Zeit waren es noch 6,49 Cent. Das ist ein übler Unterschied. Tatsächlich ging der Gaspreis aber da auch schon hoch, also ganz ohne Krieg. Und auch das verschweigen euch die Leute mit sehr einfachen Weltbildern. Aber wieso das? China hat damals angefangen, mehr Gas einzukaufen. Wegen der Pandemie war die Förderung schwach und gleichzeitig war die Nachfrage aus Asien höher als erwartet. Man muss nämlich dazu sagen, China schließt gerade jedes Jahr 15 Millionen Haushalte an das Gasnetz an. Weil aus chinesischer Sicht die Lebenserwartung der Menschen sich um zwei Jahre verlängert, wenn man in den privaten Haushalten die Kohle durch Gas ersetzt. Also es gibt auch andere Preistreiber. Richtig ist auch, dass der Preis an der Energiebörse TTF in Rotterdam mittlerweile nur noch bei 175 Euro pro Megawattstunde liegt. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video jetzt hier gemacht habe. 45 Prozent unter dem Höchststand im August. Börsianer kennen das. Es ist so wie an allen anderen Börsen, sobald die Ungewissheit aufgehoben ist, stabilisieren sich die Preise. Und durch das Ende der Gaslieferung durch Russland ist jetzt Gewissheit eingekehrt. Und durch LNG-Lieferungen ist die Verfügbarkeit auch wieder deutlich besser geworden. Und zum Jahreswechsel kommen ja wie gesagt die Terminals. Also okay, das ist ein bisschen beruhigend, aber wieso sind dann die Preise für die Verbraucher immer noch so hoch? Naja, weil ihr in der Regel den Durchschnittswert zahlt. Wie es sich jetzt weiterentwickelt, wird dadurch bestimmt, wie viel man jetzt im Winter verbrauchen wird. Und dahingehend wird sich dann sozusagen auch wieder der Durchschnittswert anpassen. Und deswegen appelliert ja die Regierung auch an die Verbraucher. Und ein bisschen problematisch bei dem LNG-Gas ist auch, dass es da keinen Börsenpreis für gibt. Es ist halt weniger transparent, wie sich die Preise da zusammensetzen. Ein anderes großes Problem ist ja die Versorgung der Industrie. Hier ist es so, dass es weniger ein Durchschnittswert ist, als oftmals ein Spotmarkt, an dem man die Strommengen einkauft, wegen kurzfristiger Energiespitzen. Und man kommt an und für sich damit billiger. Es ist eben Spekulation. Und diese Spekulation ist halt nicht immer positiv, sondern manchmal verspekuliert man sich dann auch deftig. Und wenn man jetzt jeden Tag Strom kaufen muss, dann ist das eine heftige Belastung, die man da abbekommt. Aber die Bundesregierung hat dafür das Energiekostendämpfungspaket beschlossen. Und hier können Unternehmen aus energieintensiven Branchen bis zu 50 Millionen Euro Zuschuss bekommen. Ein einzelnes Unternehmen, wohlgemerkt ja. Also zumindest von September bis Februar. Eine Lösung, die sich die Industrie wünscht, wäre ein Industriestrompreis, der sich an dem durchschnittlichen Strompreis der letzten 10 Jahre orientiert. Der WVM hat einen Wert von 41,74 Euro je Megawattstunde errechnet. Das ist sozusagen das Niveau des Industriestrompreises, zu dem Industriekunden in Frankreich aufgrund staatlicher Regulierung seit Jahren Strom beziehen könnten. Man sollte allerdings nicht vergessen, dass diese Unternehmen vorher schon die Möglichkeit gehabt hätten, solche bindenden Verträge abzuschließen und sich eben aus diversen Gründen für diesen Spotmarkt entschieden haben. Und ich finde das interessant, wie die Industrie immer mehr Sozialismus fordert, wenn es ihr schlecht geht und in guten Zeiten davon wieder nichts wissen will. Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren. Aber auch die Bürger bekommen ja ein bisschen was, den Energiebonus, man hat die Mehrwertsteuer gesenkt. Aber klar, das ist nur ein Teil. Es könnte übrigens sein, dass die Strompreisbremse tatsächlich kommt. Vielleicht sogar für Verbraucher und die Industrie. Allerdings bewegt sich hier noch wahnsinnig viel und ist zum Zeitpunkt des Videos noch nicht klar. Wir müssen uns an dieser Stelle vor Augen halten, dass die wenig nachhaltige und verblendete Politik der vorangegangenen Regierung uns jetzt hier auf die Füße fällt. Wir zahlen die Zeche für Leute wie Schröder, die sich jetzt im Geld von Gazprom wälzen können. Die CDU, CSU reiben sich gerade die Hände, weil sie die Konsequenzen ihrer Energiepolitik gerade nicht ausbaden müssen. Und es ist sehr, sehr verständlich, dass gerade Leute einfach sauer sind. Ihr findet unten in der Beschreibung übrigens eine Spendenaktion für die Tafeln, damit die dann die versorgen können, denen es durch die Preissituation gerade am schlechtesten geht. Nachdem wir ein paar Jahrzehnte relativ beständig unser Leben leben konnten, sind wir aufgewacht und plötzlich herrscht wieder Krieg in Europa. Unsere Realität, die wird nicht wieder so werden wie zuvor. Davon können wir uns verabschieden. Wir können jetzt also akzeptieren, dass wir ein paar Monate der Turbulenz vor uns haben, bevor wir wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Oder wir können wie kleine Kinder einen Trotzanfall bekommen und schreien, das ist unfair, ich will, dass aber alles so bleibt, wie es vorher war. Ihr seid schuld. Wisst ihr Leute, vielleicht bin ich mittlerweile einfach so abgeklärt mit der Situation, weil meine Branche, die Veranstaltungsbranche, seit drei Jahren in Schutt und Asche liegt. Sich da auch groß nichts mehr dran ändern wird. Diese ganzen Probleme, die jetzt auf den Rest der Industrie zukommen, uns ja auch nochmal zusätzlich treffen. Aber es eben allen komplett egal ist. Ich und meine Kollegen, wir sind einfach schon längst aus dieser Matrix der Normalität raus. Wir sind da schon zwei, drei Jahre komplett raus. Wir sind desillusioniert. Wir merken, hier ist alles nicht mehr so, wie es vorher war. Aber ich weiß, wie es war, als wir da rausgefallen sind. Wenn man sich noch drin befindet und denkt, man könnte mit einer simplen Entscheidung dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann kommt man vielleicht auch mal auf die Idee, einfach vor Russland zu kapitulieren. Und damit kommen wir zu Sanktionen. Oft hört man ja, wir beschädigen uns mit diesen Sanktionen nur selbst viel mehr als Russland. Richtig ist, es ist wie ein Flickenteppich und es wird bei weitem nicht so umfassend durchgezogen, wie man es sich hätte wünschen wollen. Und auch deutsche Unternehmen arbeiten weiter mit Russland zusammen. Beispielsweise Heidelberg Zement, da hat noch drei Zementwerke in Russland laufen. Griechenland hat in der letzten Sanktionsrunde durchgesetzt, dass europäische Firmen russisches Öl weiterhin transportieren dürfen und so weiter und so fort. Russland hat eine Bombenhaushaltsbilanz von schätzungsweise 285 Milliarden Dollar Überschuss, dank höherer Strom- und Gaspreise. Die Kosten des Krieges sind da auf jeden Fall wieder drin gewesen, bis August. Ich glaube, ich hätte im Anbetracht der Lage nicht Bombenhaushaltsbilanz sagen sollen. Dagegen stehen die Mehrkosten für unsere Industrie und uns privat, die uns mindestens dieses Jahr vermutlich noch länger große Probleme bereiten werden. Wir verlieren Geld, Russen machen Kasse. Offensichtlich, AfD, Wagenknecht, die müssen Recht haben, dass Sanktionen uns nur schaden. Aber das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Und es ist einfach überprüfbar. Zum einen streicht Russland jetzt generell 10% seiner Haushaltsausgaben, während die Militärausgaben steigen sollen. Aber wieso streichen die denn, wenn die zu viel Geld haben? Tja, seitdem Russland die Gaslieferung abgebrochen hat, geht es nicht mehr so gut. Allein im August kam Russland auf ein Minus von 5,8 Milliarden Euro. Ohne das Gas nach Europa wird auch Russland mit der Zeit die Luft ausgehen. Denn die Pipeline-Kapazitäten nach Europa sind weitaus größer als alles, was man irgendwie mal nebenbei nach China schieben könnte. Und Geld ist eine Sache. Aber wenn man mit diesem Geld nichts Wichtiges, was wichtige Bauteile beispielsweise in Produktionsketten betrifft, kaufen kann, dann ist das auch nicht gut. Die letzten statistischen Zahlen, die in Russland veröffentlicht worden sind, geben einen Einblick in das Ausmaß. Die sind vom April 2020 also nicht sehr aktuell. Aber seitdem gibt es keine mehr. Was ja auch schon mal ein Hinweis ist, da wurden in Russland im Vergleich zum Vorjahr 85,4% weniger Autos hergestellt und bei Waschmaschinen waren es minus 59%. Bei Fahrstühlen mindestens minus 48% und bei Kühlschränken minus 46%. 62% aller russischen Importe sind nicht mehr möglich. Und ja, das trifft natürlich all diese Firmen im Westen, die damit einen Kunden verloren haben. Aber es trifft eben ungleich. Während diesen Firmen Umsatz wegbricht, bricht Russland fast völlig der Zugang zu modernen Bauteilen weg. Bauteile, die dafür nötig sind, dass die russische Industrie selbst funktionieren kann. Das versetzt Russland mittelfristig um Jahre zurück, manche Experten sagen zurück in die 90er. Googelt mal den Begriff Ressourcenfluch und was damit einhergeht. Aber wozu braucht Russland uns überhaupt? Man hat Öl, Nahrung, Waffen und man hat doch China und die grenzenlose Freundschaft. Naja, auch da trügt der Schein. In diesem Jahr sind die chinesischen Exporte nach Russland um 38% gefallen, wie den Zolldaten aus Peking zu entnehmen ist. Die russischen Vorräte an Artillerie und andere militärische Ausrüstung, die gehen zur Neige. Und chinesische Firmen, die zögern jetzt gegen Sanktionen der US-Regierung zu verstoßen, weil sie das noch viel mehr finanziell belasten könnte. Bei Reuters wird ein hochrangiger US-Beamter zitiert, der sagt, China leistet keine materielle Unterstützung. Wir haben nicht gesehen, dass die Volksrepublik China systematisch die Sanktionen umgeht oder Russland militärische Ausrüstung liefert. Am Ende ist die Frage, wer kann länger durchhalten, Russland oder der Westen? Und der Westen, also Demokratien, sind sehr anfällig, was die öffentliche Meinung angeht. Das ist der Kasus knaxus. Wenn die Meinung kippt, wenn die Regierungen sich, um sich an der Macht zu halten, dagegen entscheiden müssen, gegen Sanktionen, dann gewinnt Russland. Da setzt Russland an. Deswegen versuchen sie uns an diesem Punkt zu treffen, weil wir da verwundbar sind. Sie von der AfD sind Steigbügelhalter für die russische Propaganda. Sie machen das auf den Marktplätzen und sie machen das hier im Parlament. Herr Krupalla, Sie waren 2020 im Dezember schon in Moskau, haben sich von Herrn Lavrov einnorden lassen. Und genau diese Linie, die reproduzieren Sie hier im Deutschen Bundestag. Und Frau Weidel, bei Ihnen ist es nicht besser. Sie haben gerade eines getan hier im Deutschen Bundestag. Sie haben die Propaganda, die von russisch nahen Accounts im Twitter gestreut wurde, gegen die deutsche Außenministerin eins zu eins wörtlich hier ins Hohe Haus in den Bundestag getragen. Das ist nicht nur schäbig, das ist gefährlich. Und deswegen ist eines völlig klar. Wir werden mit aller Kraft, die wir aufbringen können, dagegenhalten und das unterbinden. Je länger die Sanktionen andauern, desto schwerer wird es Russland zurückwerfen. Und desto deutlicher wird auch für Peking, dass es keine gute Idee ist, offen imperialistische Strategien zu fahren. Denn das gemeinsame Vorgehen ist eben auch eine Abschreckung gegen andere Imperialisten. Und ich zitiere dazu mal Osteuropa-Experte Janis Kluge im Capital, weil ich das so präzise und vernichtend gar nicht formulieren könnte. Wichtig ist auch die Destabilisierung der inneren Situation. Die Sanktionen gegen Russland wirken indirekt. Das Land befinde sich in einer tiefen wirtschaftlichen Krise, weshalb es sowohl in den Eliten als auch in der Bevölkerung weniger zu verteilen gibt. Die Sanktionen verschärfen die Zielkonflikte in Russland. Die Bevölkerung kann nicht auf Dauer bei Laune gehalten werden. Es gibt viele Bereiche der russischen Wirtschaft, bei denen man sagen kann, dass sie keine Zukunft haben werden. Der Staat hält nach seiner Beobachtung die Betriebe mit Subventionen über Wasser, indem ganze Belegschaften mit gekürzten Gehältern in Betriebsferien geschickt werden. Aber das wird natürlich mit der Zeit immer schwerer zu finanzieren sein. Kluge kommt zu dem Schluss, für Russland gibt es keinen Silberstreif am Horizont. Es ist als Wirtschaftsraum toxisch geworden. Die Prognosen für Deutschland sind überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Russland gerade durchläuft. Wenn man sich die Tiefe der Rezession anschaut, Russland wird permanent auf ein niedriges Wohlstandsniveau fallen. Und jetzt mal ganz ehrlich, was habt ihr denn gedacht? Es gibt Sanktionen und Russland bricht sofort zusammen? Wir brauchen einen langen Atem, aber langfristig gesehen drücken wir eben fester zu. Da wir Russlands Lieferungen ersetzen können und sie eben nur Rohstoffe haben. Wer das Ende der Sanktionen fordert, ist entweder auf der Seite Russlands ein Populist, der die Stimmung gerade ausnutzen will oder schlicht und ergreifend uninformiert. Und Sarah Wagenknecht, das glaube ich einfach alles reißt zusammen. Die kommenden Monate, die werden sicherlich belastend, aber das ist eben zeitlich irgendwie begrenzt. Du musst keine Angst haben. Angst ist, was sie in dir erzeugen wollen. Da sind wir angreifbar, das ist ihre Strategie. Aber wer sind denn die? Folgt also noch der dritte Teil. Wer ist dafür verantwortlich? Wir stehen an der Front eines Krieges, an der Front eines hybriden Krieges. Wir alle sind Ziele im Informationskrieg, in dem uns Russland seit Jahren Mürbemacht und Zwietracht und Desinformation verbreitet. Der damalige litauische Außenminister Linas Linkevikus, der sagte 2016 in Berlin, dies ist ein Informationskrieg und wir sind dabei, diesen zu verlieren. Und in den letzten sechs Jahren, da scheinen wir nicht wirklich besser gekämpft zu haben. Öffnet man Social Media in den letzten Tagen, wird man geradezu erschlagen von Desinformation. Desinformation ist es nachweislich falsche oder irreführende Information, die vorsätzlich und zum Zweck der Manipulation verfasst und verbreitet wird. Beispielsweise sagt Medienexperte André Wolf, so eine große Desinformationskampagne wie die aktuelle pro-russische in Social Media hat er noch nie gesehen. Und es zeigt, wie nötig Russland es gerade hat. Es ist mittlerweile einfach überall. Und wie soll man da noch wissen, was eigentlich Desinformation ist? Vielleicht kann ich euch da ein bisschen helfen. Die East Stratcom Strategic Communications Task Force ist seit 2015 die vorderste Front des Kampfes gegen Russland im Informationskrieg. Ich verlinke euch mal die Seite, auf der sie über die aktuellen Kampagnen informieren. Und die haben über Jahre ein klares Bild von den Strategien russischer Desinformation erhalten und erklären euch, wie man sie erkennen kann. Ich zitiere jetzt mal. Ein wesentlicher Zug der kreml-freundlichen Desinformation sind Wiederholungen. Bei all den unverschämten Behauptungen klingen kreml-freundliche Kanäle häufig wie eine kaputte Schallplatte. Sie wiederholen eine Handvoll grundlegender Botschaften für das heimische und internationale Publikum. Das ist kein Versehen oder Fehler, es ist Absicht. Wiederholungen verleihen Lügen Glaubhaftigkeit. Kreml-freundliche Desinformationskanäle erreichen das, indem sie bei den gleichen wiederkehrenden Narrativen bleiben, die als Vorlage für einzelne Artikel dienen. Ja, ist klar. Man denkt sich dann, ja, das habe ich schon mal gehört. Oder ja, das hört man ja immer wieder. Oder ja, so war das dann und dann auch. Und wenn ihr euch durch die Archive klickt, dann wird euch langsam bewusst, wie lange dieser Krieg schon ausgefochten wird. Das Internet ist nicht von allein so viel politischer und aggressiver und toxischer geworden. Die Taskforce hat fünf Narrative aufgedeckt, auf deren Basis Russland alle seine Desinformationskampagnen aufbaut. Die erste ist wir gegen die. Sehr simpel. Die Menschen müssen gegen die Elite kämpfen. Das ist diese undefinierbare, korrupte Elite, die mit echten Menschen nichts mehr zu tun hat und die diese normalen Menschen ausbeuten, wie es ihnen passt. Ja, das kann die Lügenpresse sein. Das sind die Leute vom Weltwirtschaftsforum. Die Grünen. Pick your poison. Besonders präsent war dieses Narrativ natürlich während der Pandemie, aber auch um den Brexit durchzusetzen, by the way. Angeblich ist der Konflikt in der Ukraine ein von den blutrünstigen, angelsächsischen, also westlichen Eliten konstruierter Krieg, um die normalen Menschen, die Slaven, gegeneinander aufzubringen. Das ist das Narrativ in Russland. Und dieses Narrativ, das gab es in Russland schon vor 100 Jahren. Die Elite versteckt die Wahrheit und die mutigen, aufrechten Bürger sprechen sie aus und dafür werden sie dann unterdrückt. Ja, kein Wunder, dass man Menschen, die davon überzeugt sind, nicht mehr erklären kann, warum die AfD lügt. Weil sie so tief drinnen stecken, dass die wiederum denken, die AfD ist genau die Truppe, die unterdrückt wird, wenn sie die Wahrheit sagen. Wenn man an dem Punkt des Abwärtsstrudels angekommen ist, wie soll man da wieder rauskommen? Sie denken, sie werden unterdrückt, obwohl sie überhaupt nicht unterdrückt werden, sondern seit Jahren lärmbelästigend für Russlands Sache auf die Straße gehen. Und auch Beweise muss es nicht geben. Die Elite ist ja mächtig genug, um sie alle zu verstecken. Ich habe euch immer ein kleines Paradebeispiel der Russland-Propaganda-Rhetorik analysiert. Gehört Wladimir Putin vor das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag? Da müsste noch ganz andere davor. Aber das ist keine Antwort auf Putin. Gehört er davor oder nicht? Dass wir die Geschichte sehen. Das kann man heute noch nicht sagen. Wie immer also. Haltlose Unterstellungen ohne Beweise herauskrakehlen. Aber wenn es mal nicht ins faschistische Weltbild passt. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriff. Okay. Ohne Frage. Aber wir wollen mal abwarten, wie diese Auseinandersetzung ausgeht. Und vor allen Dingen auch, wie wir uns dabei verhalten. Ob wir uns verantwortungsvoll unserem Land gegenüber verhalten oder auch eben nicht. Beim zweiten Narrativ Russlands geht es darum, traditionelle Werte zu verteidigen. Kreml-freundliche Kommentatoren machen sich dabei über den angeblichen moralischen Verfall oder die verdorbene Einstellung des Westens lustig. Russland und das orthodoxe Christentum, die stechen dabei als die wahren Verteidiger traditioneller Werte heraus. Und nach diesem Narrativ verrottet der verweichlichte Westen oder dem Ansturm der Dekadenz, des Feminismus und der politischen Korrektheit. Und zerstört seine eigene Wirtschaft, während Russland die traditionellen paternalen Werte verkörpert. Und die LGBTQ-Bewegung wird von ihnen als Beispiel herangezogen. Und ihr müsst euch mal kurz überlegen, wie tiefgreifend das ist. Der Hass, dem Mitglieder dieser Communities ausgesetzt sind, ist zum Teil ein Nebenprodukt einer politischen Doktrin Russlands. Nach dem European Council for Foreign Relations übernahm Putin dieses Narrativ 2013, als er euro-atlantische Länder für ihren moralischen Niedergang und ihre Sittenlosigkeit verurteilt hat. So viele Momente, in denen eigentlich die Alarmglocken hätten klingeln müssen. Der Sputnik beschrieb die westliche Massenkultur als Ausprägung von Pädophilie. Und es gibt tatsächlich Leute hier in Deutschland, die den Sputnik lesen. Und die das lesen und sich nicht denken, sind die verrückt? Diese wertebasierenden Desinformationsnarrative, die drehen sich meist um bedrohte Ideen wie Tradition, Anstand, gesunder Menschenverstand. Das sind so Begriffe, die positiv wahrgenommen werden, aber wo keiner so richtig weiß, wo sie aufhören und wo sie anfangen. Und jetzt ganz ehrlich, wie oft verwenden AfD-Politiker diese Worte gegen Feinde? Wer keine moralisch verkommene Dystopie errichten will, der muss also gegen den Westen sein. Das ist schon wirklich schlimm bei uns, oder? Wie konnte das soweit kommen? Na wegen der USA, ist doch wohl klar. Die BAD ist ja auch eine GmbH und gar kein unabhängiger Staat. Kommt euch das aus dem tiefsten Reichsbürgersumpf bekannt vor? Tja, jetzt wisst ihr, wo das seinen Ursprung hat. Seitdem haben sich noch viele solcher Beispiele dieses Narrativs der verlorenen Souveränität in kremelfreundlichen Kanälen verbreitet. Zum Beispiel, die Ukraine wird von Fremden regiert und die baltischen Staaten sind keine echten Länder. Kremelfreundliche Desinformationskanäle, die behaupten auch, dass Finnland und Schweden durch ihren Beitritt zur NATO ihre Souveränität verlieren. Und, 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 und. Das ist eine endlose Erzählung mit einer einzigen Pointe. Aber die USA. Naja, soviel zu, der eiserne Vorhang ist gefallen. Und es ist schon erstaunlich, dass dieses Argument auch im Westen verfängt, wo man ja tagtäglich die Freiheiten nutzen kann, für seine wie auch die immer quereren Ansichten zu demonstrieren. Das vierte Narrativ ist, der Kollaps, der kommt. Ja, Doom Priests, die gab's schon immer, funktioniert schon immer ganz hervorragend. Also ist das auch was für Russland, ja. Ja, raus aus dem Euro, sonst werdet ihr alle verarmen, es ist bald zu spät. Stoppt die Überfremdung, bevor ihr im eigenen Land zur Minderheit werdet. Kommt euch das bekannt vor? Oder noch aktueller, beendet die Sanktionen jetzt, sonst werden Millionen Deutsche verarmen. Stoppt die Waffenlieferungen, sonst gibt es den Dritten Weltkrieg. Wir werden mal kurz ein bisschen intellektuell. Achtung. Aristoteles, den kennt ihr, hoffe ich. Ja, der da. In seiner Rhetorik gibt es das Konzept des Kairos, das ist der Handlungsdruck. Und der wird meist eingesetzt, um zu sagen, handle jetzt, bevor es zu spät ist. Das ist ja der richtige Zeitpunkt. Oh nein, es ist jetzt ganz schlimm, wir müssen schnell und extrem handeln und überhaupt nicht nachdenken. Stoppt die Sanktionen sofort, will die AfD, wenn ihr euer Land noch retten wollt, etc. Genau so funktioniert das. Und gerade wenn es Verunsicherung im Land gibt, wie 2015. Ah, da kommen Flüchtlinge, weil Russland ihre Städte zerbombt hat. Das ist das gleiche bei der Pandemie gewesen und das ist jetzt das gleiche mit dem Krieg. Vom Kollaps Europas, ja, erzählt Russland übrigens schon seit mindestens einem Jahrhundert. Ich finde, es läuft mittlerweile ganz gut. Wie oft ist Russland in den letzten 100 Jahren zusammengebrochen? Bald zumindest nochmal. Der letzte Punkt ist aber der schwierigste und die Taskforce hat ihm einen ziemlich geilen Namen gegeben. Es ist die sogenannte HaHaGanda. Denn was passiert, wenn Desinformation auf Argumente trifft? Tja, sie muss ausweichen und zwar in Spott und Hohn. Und Memes über politische Gegner sind eine fantastische Methode. Mal ein Beispiel. Im Zuge des Attentats auf Alexej Nawalny. Da haben sich kremelfreundliche Medien gegenseitig übertrumpft mit lustigen Geschichten, wie man den russischen Dissidenten viel, viel effektiver hätte töten können. Ja, russischer Humor. Herrlich, oder? Natürlich gibt es Satire und Karikaturen, aber die pseudolustigen Narrative, die Russland da verbreitet, die sind brutal und die sind vor allen Dingen entmenschlichend. Zumal man sich dann gerne hinter dem Banner der Meinungs- und Kunstfreiheit versteckt, aber alles zensiert, was gegen die Autorität des Kremls selbst gerichtet ist. Keine kremelfreundliche, orchestrierte Demütigung ist vollendet, solange noch nicht die obligatorische Verbindung zu Nazis und zu Soros gezogen worden ist. Also es geht darum, politische Gegner einfach zu verbrennen und ihre Argumentation einfach im Vorfeld lächerlich dastehen zu lassen und nicht glaubwürdig dastehen zu lassen. Hierbei wird noch nicht mal eine Information verbreitet, denn bereits der Witz, der lässt genug Dreck zurück und ist einfach nicht konterbar. Ist ja schließlich nur ein Witz, oder? Ganz harmlos. Aber, keine Sorge, es gibt auch Gegenaktionen, wie beispielsweise die NAFO, quasi eine westliche Antitrollarmee mit Shiba Inus. So, ihr könnt nun also bei jeder Rede, bei jeder Information, die auf eurem Handy aufploppt, euch die Frage stellen, trifft eines dieser Narrative zu? Wenn ja, ist es ziemlich sicher Propaganda. Wenn nicht, ist es vielleicht auch Propaganda. Gegenchecken ist auf jeden Fall immer sinnvoll. Kommen wir mal zu einem Fazit, meine Lieben. Wir befinden uns in einer sehr brenzlichen Situation. Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns noch lange nicht von den Erfahrungen der Pandemie erholt und schon werden wir von der nächsten Krise überrollt. Das ist scheiße, das ist unfair, das hat keiner von uns verdient und wir können nur sehr bedingt etwas dagegen tun. Das ist eine Reihe von Problemen, die viele Menschen gerade gleichzeitig trifft. Und das machen sich Populisten natürlich für ihre eigenen Zwecke zunutze. Ja, greift nach allem, was ihnen im Kampf um politische Posten gelegen kommt. Merz und Söder gehören da auch in diesen Topf, by the way, ja. Aber das ist gefährlich. Sie beteiligen sich an der Erschaffung und dem Schüren von Ängsten, derer sich dann die ganz extremen Kräfte bedienen können. Ja, die Geister, die ich rief. Sie spielen mit dem Feuer. Und das wäre nicht das erste Mal, dass man danach aufwacht und plötzlich hat der Reichstag gebrannt. Wir sind Teil eines Kampfes und wer blindlings die Propaganda und Desinformation des Feindes verbreitet, der macht sich schuldig an seinem eigenen Land, um es mal für besorgte Patrioten zu formulieren. Entweder, weil er die Angst der Mitbürger für sein eigenes Wohl benutzt und damit unbewusst der Demokratie schadet oder weil er ganz bewusst als feindlicher Spion agiert und das Land absichtlich zu destabilisieren versucht. Macht es ihn bitte nicht so einfach. Meine Güte, das war schon wieder viel Video, das waren viele Informationen, alles an einem Ort zu haben. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Schickt das gerne an Leute, die Angst haben oder nicht mehr weiter wissen. Bewertet gerne das Video, lasst natürlich auch gerne euer Abo da. Ihr könnt mich auch auf Paypal unterstützen, falls ihr den Drang dazu habt. Ihr könnt auch 20 Uhr, wenn ich auf Twitch live bin, vorbeikommen und mich live anschreien wegen des Videos. Vielen lieben Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid und dass ihr diesen Content hier unterstützt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.